Moin uns allerseits, hier ist der Necklamp von Allemitrategie und willkommen zur ersten Folge von SunUp hier aus Deutschland und gleich passend zu diesem kleinen Szenenwechsel hier, auch schon das erste Thema, aber zuerst das Hintergrund. Genau, und zwar das erste Thema ist, dass ein Parallel umgezogen ist. Sein erstes Video aus seiner neuen Wohnung ist schon online, mit seiner Seulie ist online. Es hat sich nicht so viel verändert, da nämlich die Möbel in gleichem geblieben sind und diese Wohnung befindet sich in der Stadt, richtig, Köln und ja, da leben unter anderem Gronks, Sahaza, YTT und auch viele andere YouTuber, um auf zum ersten Thema. Genau, und zwar die Gamescom steht vor der Tür und wie wir versprochen haben, gibt es jeden Tag im Vlogs von der Gamescom, von der Fahrt dahin und so weiter und so fort, sind schon fleißig am Plan, der nur Gutes und ich und deswegen könnt ihr euch auch eine Menge Videos freuen bei der Gamescom-Zeit, ein paar Spielberichte werden natürlich auch dabei sein, könnt ihr euch drauf freuen und auch schon mal dann eine Erfahrung von uns bekommen, Erfahrung von uns bekommen? Ein Erfahrungsbericht von uns bekommen, was für Spiele dieses Jahr erscheinen werden und welche sich auch wirklich kaufen lohnen und wo sich der Kauf eher weniger lohnt wird. Und dann gleich weiter zum nächsten Thema. Genau, hier aus Deutschland, wo ich jetzt hier wieder aus dem Urlaub zurück bin, freue ich mich schon richtig wieder, hier wieder zu produzieren, neue Let's Place und alles, wieder weiter laufen lassen zu können. Leider hat es noch geschafft, dass gerade wir sind fünf Minuten unterwegs, nach denen wir nach Hause gefahren, schon hat unser Auto einen Lechschaden bekommen, ich lasse es mal einblenden von unserem Auto und von dem ländlichen Auto, das uns hinten aufgefahren ist, war auf der Landstraße, vor uns ist jemand abgewogen, wir mussten halb bremsen und der hinter uns hat es zu spät gesehen, lag aber auch wahrscheinlich da drin, weil er etwas sehr nach Alkohol geworfen hat. Hups. Deswegen Leute, Finger weg vom Alkohol im Straßenverkehr. Und der Nakutas ist heute leider nicht da, der soll hinunter singen, macht nur ich das dann ab und dann würde ich sagen, ab zur Endcard. Genau, noch kurze Endcard, vielen Dank fürs Einschalten, Abonnieren, nein, ich werde jetzt nicht mal aus, wo ich das jetzt schon gemacht habe. Wenn es euch denn dieses Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, uns zu unterstützen und wenn nicht, bleibt es bleiben. Vielen Dank fürs Einschalten, wir sehen uns vielleicht auf der Gamescom und dann bis bald. Tschüss. Mein Wahnsinn fliegt auch noch. Wie ist dein Ding? Brennig. Und es ist total warm hier drin. Ich bin zu schwitzig. Mein nehme ich schon... Nein. Nehme ich richtig? Nochmal. Ich habe so viel Schwung und Energie. Mit seinem Kanal, Aydladi und nochmal von vorne. Sozusagen? Nein, nicht nur so zu sagen. Nochmal von vorne. Ja!